Du bist hier, ich weiß es. Ich rieche dich schon aus Entfernung. Drüber ist Wasser. Ach, egal. Ja, Leute, ich spreche es nochmal. Ne, 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 das ist zu spät. Passt schon. Ach, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt dann auch mal wieder hier raus, erst mal. Hm, ich brauche nur eben. Tschüss. Yay, Level 7. Yeah. So, dann nehme ich die immer mehr eben. Sprachfehle. Die mal eben mit. Den auch. Und dann gehen wir wieder raus, weil... Ja, weil. Weil wir es können. Wo ist denn lang? Hier ist noch Eisen. Iron. Ich bin der Iron Man. Und jetzt will ich nach oben. Irgendwie. Ich weiß, hinter mir ist auch irgendwo ein Ausgang, aber ich bin jetzt zu faul. Jetzt, äh... Ja, so lange will ich nicht warten. Ich will jetzt hier raus. Jetzt. Hm. Jetzt. Es kommt schon. Ich will hier doch nur raus. Lass mich hier raus. Jetzt sofort. Ich will hier raus. Ihr seht bestimmt gar nichts. Ich glaube, ich bin im Bergdorn. Ich muss einfach nur geradeaus weiter. Habe ich so das Gefühl... Hm, genau. Ich weiß, das ist eine Verschwendung, aber es ist jetzt egal. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Geh schon. Licht. Oh. Ich kann nicht sehen, die Licht. Ich kann nicht sehen, die Licht. Hier, hier, hier. Mach deine Augen auf. Mach deine Augen auf. Nicht schlafen. So, hier bin ich rausgekommen. Oh. In dem Tektor-Pack sieht das schon alles viel geiler aus. Das Dschungel. Das, äh... Der Dschungel, meine ich. Na, hier. Okay, hier muss ich hoch. Sieht schon nice aus, finde ich, ja. Das gefällt mir. Ich glaube, an das Tektor-Pack kann ich mich noch an... So. Anfreunden. Und dann werde ich... Äh, werde ich? Nein, werde ich nicht, oder? Werde ich? Nein. Werde ich? Oh, hi. Hi. Okay. Ist hier irgendwo was zu essen drin? Eschen, eschen, eschen. Bam, 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 bam. Essen, eschen, eschen, eschen. Hier ist mal Kohle rein und Eisen rein und Popo rein und Kacker rein. Wolle, 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 Wolle. Okay, Kabel. Ich werde jetzt mal einen normalen Weg nach unten bauen. Ich denke in die Richtung. Das andere Haus ist da lang. Die Richtung. Nein, ich werde es in die. Ja, in die. Ja, ja, doch. Ja, 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 okay. Brauche ich Kabelstone. Die Stufe. Ich brauche noch mehr Holz. Ah, das ist da. Dann crafte ich mir Stufen. So. Ne, das reicht noch nicht. So, zack, 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 zack. Könnte erst mal reichen. Komm, so. Ob das wohl gut aussieht. Ja, wie komm. Muss ich so machen. Ja, aua. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Vielleicht sieht es dafür nice aus. Aber nur vielleicht. So. So. Ach komm, den kann ich lassen. So. Da. Zack. Zack. Jo, es geht bis jetzt. Hm, mal so. Aber dann schwebt die. Ach, egal. Das ist erst mal egal. Oh, ich kann gleich schon hoch. Je. Ach, fail. Epic fail. Gravel mache ich dann schon. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Ähm, na, lasse ich das so. Zack. Na, ich fall gleich hier runter. Oh. Ja, genau. Mach weg. Weg da. So. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Oh. Oh. Hm, vielleicht. Hier und hier. doch so, ja doch, das sieht nice aus, finde ich. Dann hier fällt mir hier so runter. Oh, nein, ich sterbe. Oh, nein, ich sterbe. Und ich sterbe fast, wirklich. Kann ich hier schon mal so bauen, wenn ich schon unten bin. Ja, das geht. Ähm, ähm, äh, hm. Wie komme ich hier? Ach, komm, ich mach Gravel hier. It's Gravel time. Hm, ich würde gerade mit Gravel hier so machen. Hm, dann würde ich nur runterfallen, aber egal. Das ist ja nicht so traurig hier. Nee, 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 kann nicht. Oh, Mann, ich will die Stufe wieder haben. 9. So, und dann noch. Dann, da noch. So. hier und nein dieser mich jetzt erst mal ein so was mache ich denn hier sauber hier da und hier so passt so ich gehe da dran er will ich so und dann macht man das hier jetzt muss ich wieder aufpassen Nein nein oh Creeper Hallo Creepiep Creepiep geht das nein natürlich nicht klar wird das geht alles okay das geht jetzt nicht er sauber okay also die Treppe sieht eigentlich schon mal nice aus muss ich mir das nur noch ich habe gerade wenig geredet ich weiß aber das ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren bei solchen Arbeiten wie sieht das denn aus wenn ich jetzt hier so mache sieht das aus aber wenn ich hier solche das sieht nicht gut aus ich weiß was dann kommt und dann habe ich nicht und dann so ich weiß noch nicht